gut die die das ist ja auch noch nicht für die Musik mit in die Videos holen oder der Musik abgibt er aber kann nur ein gewandt hast du tun und sie tun das draußen um die Fenster so ja ich bin zu den Porteilen gegangen das tut auch Porto Boots da gibt es ein Weichstück und das sind einmal der Nieder und einmal der Bogen aber die Nieder da ich bin in Lava gefallen du bist du ich finde es nicht ich bin tot ja okay ich will da nicht hin ich weiß nicht wo du bist in Anborn er wurde reingegangen ist es weiß ich gerade nicht aber ich glaube doch ich weiß wo du reingegangen bist er macht nicht die Hand da direkt vor Lava gesetzt noch mal kurz ja okay hier lieber nicht rein ich bin um 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 er macht was Bacchewsing Bacchewsing wo bist du am Spur noch ja ich mach grad Bacchewsing da gibt es noch um 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 wirbeln gut um Ich gehe noch mal zu den Jump'n'Runs vorhin. Mal schauen, ob ich einfach schaffe. Oder leicht. Yay, ich bin so gut. Ich habe die ersten 10 Blöcke geschafft. Nein. Hä? Was war denn das jetzt? Was hast du geschrieben? Keine Antwort. Ja. None. Ich muss mal ш komme. Ich muss mal sch Tre открывern. Ich werde das selbstsetzen. Ich muss mal schreien. Ich muss mal schreien. Ich muss mal schreien. Ich muss noch mal schreien. Ich muss mal schreien. so leute ja das war jetzt schöne vier folgen auf dem future mein server und ja auf jeden fall also war schön hier mit dead player eine runde zu spielen müsste auch noch gut rumlungern hier auf dem server aber ja ich würde sagen sehen wir uns dann wieder im normalen minecraft lp habe in der kurzen zeit halt auch mal kurz was gemacht was nicht im let's play mit hinbegriffen ist und da hört ihr was so ich bin wieder da gut warte ich bin wieder da und damit vertreten uns und da ist der player auch schon wieder was er wird annehmen nein ex wo bist du ich bin von dir gut viel weiter als du kommt und ich bin schon bis hier ankommen aber ich war vorhin hier aber ihr könnt ihr nicht runtergefallen ich freue mich hier und aber ich immer vergesst die Sprinten ich immer denke das schafft als ohne Sprinten gut ab zum Anfang wieder ab der Sto wichtig wie gut immer wenn ein Ort weiter vorne ist da tippeln wir uns zu tun er genau so richtig gut sein zu glück ist die p erlaubt für es freie spieler und ich hab's fast geschafft da da ist und auch wenn es einnehmen ja doch statt ich habe die erste Sprünge nicht mehr auch kommen die Sitter und erinnern ich hab da und so in ich schuldig ich soll akzeptieren wurde neben mir stehst ja und 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 verdauern und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.